Jimmy, ich sag's dir einfach. Ich muss dich entlassen. Dich haben sie gerade gefeuert. Ich wurde entlassen. Aus versicherungshaftungstechnischen Gründen. Der einarmige Barkeeper. Ein bisschen mehr Respekt. Charlotte Motor Speedway. Ich weiß, wie sie das Geld befördern. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Das ist eine Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Das Ding hier ist das wichtigste Rennen des Jahres. Wir brauchen Computergenie. Ich weiß ja ziemlich alles über Computer, okay? Die ganzen Twitters und so, kenne ich alle. Willkommen beim wichtigsten Rennen des Jahres. Von hier bis zum Tresor. Wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Wir wissen nur so viel, wie wir wollen, dass sie wissen. Meine Verbrecherlaufbahn ist vorbei. Das ist absolut hirnverbrannt. Alles im Griff. Jetzt bin ich mal gespannt. Das muss weh getan haben. Ich will alles über Jimmy Logan. Ich mach mich hier glattnackig. Also nicht gucken. Ich hab gesagt, nicht gucken. Ihr Logan's seid echt so ne Spackos, wie die Leute behaupten. Behaupten das die Leute? Ich hab' lid지를 Untertitelung des ZDF, 2020